hey freunde was geht ab willkommen zur ersten vorfreunde tor 2023 und ich habe euch hier mal ein paar schmanker herausgesucht wir haben hier oben shell rockets von agento wir haben einen kleinen verbund von export von gbv wego wir haben eine gbv wego nuclear schutz die nummer eins das war so ein dreier set wir haben eine kleine oasis wir haben super tolles 4 wir haben die smoke birds wir haben einen 3 shopper von funke und zwar die nummer sechs wir haben ein einzelnes und zwar den asian thunder wir haben die übliche knallkette wir haben power thunder wir haben thumbercracker von katan wir haben 1000 smaragde von funke und wir haben noch einmal agento rauchbälle ja freunde wir starten am hellen oder im hellen mit der ersten vorfreude tor die artikel kennt ihr ja denke ich mal schon und da würde ich sagen starten wir gleich mal mit den kleinen rauchbällen von agento bei wind natürlich scheiße das geht doch für die kleinen dinger abonnet 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 So, wir machen weiter mit den Katan Thumbacrackern. So. Dumm. Sehr dumm. Flump. Dann machen wir weiter mit dem Power Thunder von GWV Veko. Einmal mit Purple Fuse und einmal mit Silver Fuse. Mal gucken, ob es da einen Unterschied gibt. Wir fangen einfach mal an mit den Silver Fuse. Mal gucken, ob da irgendwas dran ist. Also Zündschnur ist normal. Knall war jetzt nicht so berauschend. So wie der Wind heute. Wird jetzt sagen wie ein ganz normaler A-Böller oder B-Böller aus dem Schinken sozusagen. So, dann machen wir mal die Purple Fuse. Also Zündschnur ist ganz normal am Brennen. Knall ist auch normal. Kein Vorbrenner. Aber ich muss sagen für 0,8 Gramm doch ganz okay. Weiß ich nicht. Muss das. Oh ne. Ja. Ping. So. Wir machen weiter mit einer allzeit bekannten. Die alte Knallkette. Wir machen weiter mit den Smokebirds. Dazu nehme ich euch auch vom Stativ. Freunde, es ist einfach zu windig. Wir können einfach keine Vögel hier starten lassen. Ihr seht selber, die Wiese ist trocken, obwohl es hier regnet hat. Wir machen mal Bodenwirbel draus. Ich denke mal, vielleicht wird es ein schöner Effekt. Schauen wir uns mal an. Okay, das mit dem Bodenwirbel hat jetzt nicht geklappt. Ich stelle sie mal hin, vielleicht klappt es denn. Ich stelle sie mal nochmal anders hin. Ja, ist mir zu. Bis bald. Ich habe gedacht, vielleicht kommen ja ein paar Wirbel raus oder so. Nee. Dann können wir den letzten noch wieder schmeißen. Ja, der Wind ist echt schlimm dieses Jahr. Also für Vögelartikel sieht es schlecht aus. Der letzte. Er hat mich nicht enttäuscht. Schön. So soll das eigentlich sein. Ui, toll. Ja, Freunde. Das waren die Vögel. Jetzt machen wir noch das letzte Bombenrohr. Und dann sind wir durch für die Vorfreude-Tour am Tag. Das ist der Asian Thunder. Mit Sternchen. Auch von der Lautstärke her würde ich sagen, wie ein normales Effektbombenrohr. Ja, Freunde. Check. Ja. Wunderschöne Neuheit. So, Freunde. Wie versprochen jetzt der Oasis. Diese ganz kleine von Bröckhoff. Die will nicht. Wo ist sie denn? Und dann starten. Ja. Eine kleine niedliche Neun-Schuss-Batterie. So, Freunde. Wir machen jetzt den Shaker bzw. den 3-Schocker. Und zwar ist ja hier die Nummer 2 in dem Vorfreude-Teil. Nicht erst wecken gleich. Schön. Boah, geht das riesig. Ja, Freunde. Schöne Teile. So, Freunde. Wir machen hier weiter mit der Nuclear 1. Genau. So war das. Nuclear 1. Die eine davor ist uns schon umgekippt. Deswegen müssen wir mal hier noch ein bisschen mehr sichern. So. Die durfte eigentlich nicht umkippen. Die steht genau in der Mitte. Nuclear 1 jetzt für euch. Für die Vorfreude. Ja. Ja. Jo ne, aber das, das geht uh 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 uh. So, wenn alle Tiere von dem Video ist der eine gar nacken. kleine süße aber nichts besonderes super tolle N4 schauen wir uns mal an das schöne auch wieder ein schneller Kandidat schnell vorbei schnell bunt wir machen weiter mit den Raketen von der Vorredaktion die Argento Shell Ruppets schöne Teile die nächste das geht das fliegt und fliegt so die nächste so machen wir 3 alle 3 wie blau mit Gold Verwandlung schöne Raketen so wir machen weiter hier mit dem Finale der ersten Vorfreude Tour und zwar den Hexenkessel ein sehr schöner kleiner Verbund und dann danke fürs Zuschauen und macht's gut bis zum nächsten Video so 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 So, jetzt geht's. Ja Freunde, für einen kleinen Verbund doch schön lange, also macht's gut. Untertitelung. BR 2018